Wer einen Screenshot von seinem Bildschirm anfertigen möchte, der muss nicht erst umständlicherweise im Internet ein Programm dafür suchen, herunterladen und installieren, sondern kann auf das direkt im Windows-In-Betriebssystem integrierte Programm Snipping-Tool zurückgreifen. Mehr dazu jetzt in diesem Video aus dem Tutorial-Center. Viel Spaß und gutes Gelingen! Hey und willkommen zu einem neuen Video im Tutorial-Center und damit auch zu einer neuen Tutorial-Reihe, in dem ich euch nützliche, in Windows-In-Betriebssystem integrierte Programme zeige. Los geht's dieses Mal mit Snipping-Tool. Das Ganze finden wir, wenn wir einfach das Windows-Symbol drücken und SNI eingeben, dann wird es uns direkt angezeigt. Und wenn wir jetzt Enter drücken, dann ist das Programm gestartet. Ihr solltet euch jetzt nicht wundern, dass euer Bildschirm quasi eingefroren ist. Nicht etwa, dass das Programm abgestürzt ist, sondern es ist jetzt praktisch im Screenshot-Modus. Hier seht ihr das Interface des wirklich kleinen Programmes. Und jetzt klicken wir zunächst einmal auf Abbrechen, damit unser Bildschirm hier in diesem Fall nicht mehr eingefroren ist. Natürlich gibt es auch einige Optionen. So können wir diesen Anweisungstext an- oder auszeigen. Wir können aber auch entscheiden, ob unsere Bilder in der Zwischenablage gespeichert werden oder auch URLs, wenn wir zum Beispiel HTML-Seiten fotografieren, können mit angefügt werden. Außerdem können wir, wenn wir das Programm schließen, ohne dass wir unseren Screenshot gespeichert haben, auch noch zur Speicherung aufgefordert werden, was ich ganz nützlich finde. Und natürlich können wir auch die Bildschirmüberlappung konfigurieren und auch die Freihandfarbe, denn dazu kommen wir später noch, können wir hier ganz einfach einstellen und haben da die Wahl zwischen sehr vielen verschiedenen Farben. Doch uns interessiert natürlich hauptsächlich erstmal die Grundfunktionalität des Programms und da seht ihr hier in diesem Fall den Neu-Button. Klicke ich diesen an, dann kommen wir wieder in diesen Modus und ihr seht, hier habe ich einen Cursor und den kann ich jetzt einfach klicken und ziehen und schon wird das weiße Feld praktisch nicht mehr so weiß, sondern wieder normalfarbig. Und alles, was sich in diesem Feld befindet, das wird gleich Teil unseres Screenshots sein. In diesem Fall mache ich einfach mal einen solchen Screenshot und jetzt öffnet sich dieses Fenster hier. Hier haben wir nun verschiedene Möglichkeiten, so ist standardmäßig dieser Stift hier ausgewählt und da können wir jetzt ganz einfach noch eine Markierung treffen, zum Beispiel, oh ja, hier befindet sich irgendwas. Auch wenn das gar nicht der Fall ist, dann können wir hier noch ein Pfeil zeichnen, das ist alles kein Problem, sieht mit der Maus nur irgendwie ziemlich scheiße aus. Ansonsten haben wir hier noch den Textmarker, so können wir zum Beispiel bestimmte Aspekte hier einfach mal markieren, zum Beispiel für jemanden, der ein technisches Problem hat, können wir sagen, hier musst du draufklicken, wenn du irgendetwas ändern möchtest. Aber wenn uns etwas nicht gefällt, wie zum Beispiel diese sehr hässlich geratene Pfeil, dann können wir ihn einfach wieder löschen und auch die Markierung lässt sich natürlich entfernen. Beim Stift haben wir auch den roten Stift, neben dem blauen Stift und auch dem schwarzen Stift. Wir können ihn aber auch benutzerdefiniert machen und dann hier in diesem Fall einfach so rumzeichnen, wie wir gerade möchten. Unter benutzerdefiniert stellen wir dementsprechend mit diesem benutzerdefinierten Stift die Farbe ein. Wir können sagen, ob dieser Stift einen dünnen Strich oder doch eher einen dickeren Stift zeichnen soll und wir können auch die ziselierte Stiftspitze in eine runde Stiftspitze ändern. Und jetzt hätten wir hier einen ganz anderen Stift, den wir ebenfalls ganz einfach nutzen können. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze direkt als E-Mail zu versenden. Dafür klicken wir einfach hier auf den Button und es öffnet sich unser Standard-E-Mail-Programm. In meinem Fall ist das Thunderbird. Und wir könnten jetzt ganz einfach hier eine Nachricht schreiben und da würde dann direkt im Anhang sich eine HTML-Datei befinden, die wir hier öffnen können. Und diese könnte dann der Gegenüber, der das von uns bekommt, dann ganz einfach anzeigen und hat dann dementsprechend den Screenshot direkt von uns bekommen. Auch können wir das Ganze ganz einfach kopieren und jetzt haben wir das Bild praktisch eine Zwischenablage und könnten es woanders einfügen. So zum Beispiel einfach mal hier in ein Word-Dokument, das Ganze ist gar kein Problem. Aber was ich natürlich am meisten nutze, ist den Screenshot ganz einfach als PNG-Datei zu speichern und den nennen wir jetzt zum Beispiel einfach mal Test.png. Und drücken wir Enter, dann haben wir das Ganze hier ganz einfach als PNG-Datei in einer relativ hohe Auflösung auf unserem Desktop und so einfach lassen sich Screenshots anfertigen. Natürlich können wir mit Neu auch jederzeit wieder einen neuen Screenshot auswählen und unter Bearbeiten haben wir nochmal die Option zu kopieren. Extras ist eigentlich nochmal genau dasselbe, was wir hier in der Leiste haben und Hilfe und Info gibt es natürlich auch noch. Und unter Neu ausschneiden können wir das machen, was eigentlich auch dieser Button hier macht. Nun in diesem Fall öffnen wir uns aber nochmal dieses Interface, dieses kleine, was man bekommt, wenn man das Programm zum ersten Mal startet. Denn hier haben wir auch die Möglichkeit ein bestimmtes Fenster auszuschneiden und würden jetzt zum Beispiel hier einfach hin und her gehen können. Sagen wir, jetzt habe ich das Audacity-Fenster ausgeschnitten und würde jetzt einfach hier ein Foto vom Audacity-Fenster haben. Und muss dann nicht dementsprechend das so ganz genau auswählen mit einem Freihandbereich praktisch. Außerdem können wir natürlich auch noch Vollbild ausschneiden, das heißt also einfach einmal den ganzen Bildschirm hier ausgeschnitten. Auch das ist natürlich absolut kein Problem. Und das waren praktisch alle Möglichkeiten, die wir haben mit dem Snipping-Tool. Ich finde, das ist eines der praktischsten Programme, die in Windows direkt integriert sind. Auch wenn es im ersten Moment wirklich klein und unscheinbar ist, hilft es mir. Besonders, wenn ich zum Beispiel YouTube-Thumbnails erstelle. Ungemein und das war es soweit von diesem Video. Wenn du mehr nützliche Windows-Tools wie zum Beispiel die Zeichentabelle kennenlernen möchtest, dann klick dich doch einfach mal in die Playlist auf windows.tutowelcenter.tv und wenn du eine Frage oder ein Problem hast, dann besuch doch einfach mal das neue Tutorial-Center-Forum auf forum.tutowelcenter.tv. Ich freue mich über dein Abo im Tutorial-Center und sage Tschüss und bis dahin.